Die vollständige Zusammenfassung der Spoiler für das kommende One Piece Kapitel 1114 ist endlich draußen und wird sich hauptsächlich um die Nachricht von Dr. Vegapunk drehen, was sicherlich ein sehr interessantes Hauptaugenmerk sein wird. Denn Dr. Vegapunk bestätigt, dass die Flut bereits begonnen hat, während die Flucht der Strohhüte weitergeht. Das Kapitel widmet sich jedoch auch sehr vielen anderen sehr interessanten Charakteren in der Welt von One Piece und zeigt ihre verschiedenen Reaktionen auf die große Nachricht von Dr. Vegapunk. Und in diesem Spoiler-Prozess wird sehr schnell deutlich, dass einige Regionen in der Welt von One Piece bereits von der großen Flut betroffen sind, von der Dr. Vegapunk spricht. Dies unterscheidet die Ernsthaftigkeit der Situation und verdeutlicht, dass die Auswirkungen dieser Naturkatastrophe bereits spürbar zu sehen sind. Ebenso erinnert dieses Kapitel uns einmal wieder mehr daran, dass der Manga sich wirklich in ihrer finalen Saga befindet und das große Ende möglicherweise näher ist als bisher angenommen. Die Spoiler konzentrieren sich dann auf den Inhalt der Geschichte des Kapitels und behaupten, dass das kommende One Piece Kapitel unmittelbar dort beginnt, wo das letzte Kapitel 1113 endete. Einige Marinesoldaten werden dabei gezeigt, wie sie in Marinefort in Panik geraten, wobei Hina eine von ihnen tatsächlich ist, während Flottenadmiral Akaino mit seinem typischen ernsten Gesichtsausdruck gezeigt wird. Szenenwechsel. Auf Jar Jar lachen einige Piraten über die Worte von Dr. Vegapunk und erinnern scheinbar an die Szene, in der Ruffy auf Jar Jar ausgelacht wurde. Die Spoiler-Zusammenfassung zeigt dann Pauline in Water 7, der mit einem sehr besorgten Gesichtsausdruck auf die Stadt hinabschaut. Der Fokus verlagert sich dann auf Don Quixote Do Flamingo im Hochsicherheitsgefängnis von Impel Down, der mit Magellan spricht. Er macht einen Witz darüber, dass er sich an einem höheren Ort bewegen müsste, da die meisten größeren Städte der Welt unter Wasser stehen würden, wenn der Meeresspiegel um fünf Meter ansteigt. Der Witz besteht darin, dass das Impel Down bereits unter Wasser steht. Anschließend gibt es einen Cut Richtung Fischmenscheninsel, wo Shia Roshi ihrem Vater Neptun fragt, was gleich passieren wird. Der König Neptun sagt einfach, dass es unglaublich ist, bevor die Reaktionen der Marinen Eckert gezeigt werden, wobei viele sich weigern, Dr. Vegapunks Worten zu glauben. Die Gorosei beschließen dann zunächst alle Lebenszeichen auf der Insel zu zerstören, um die Nachricht von Dr. Vegapunk um jeden Preis zu stoppen. Die weitere Spoiler-Zusammenfassung zeigt dann, dass die Nachricht von Dr. Vegapunk in der Zwischenzeit weiterläuft und besagt, dass er eine Vorhersage treffen wird und dass, wenn er falsch liegt, der Rest seiner Worte ignoriert werden kann. Der ehemalige Chefwissenschaftler Dr. Vegapunk sagt dann schockierend, dass Erdbeben und den Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter voraus, das sich nur eine Stunde zuvor ereignet hat und fügt hierbei hinzu, dass dies keine Naturkatastrophe ist. Reaktionen von Charlotte Smoothie und Montdor werden hierbei gezeigt, die sich beide fragen, wie er über das große Erdbeben von heute sprechen kann, wenn er bereits allen Anschein tot ist. Schnitt, eine von Wasser überschwemmte Insel wird dann gezeigt, wobei Menschen auf Häusern klettern und in Booten fliehen, um in Sicherheit zu gelangen. Das Kapitel verschiebt dann den Fokus auf Namis Gruppe, wobei die Spoiler betonen, dass in dem Kapitel nichts über Sanji und Bonis Gruppe enthüllt wird. Und während es auch allen Anschein keine Updates zu Zoro und Jinbei gibt, wird gezeigt, wie Brook sie auffordert, sich zu beeilen, da sie Hilfe brauchen. Des Weiteren steht hier, Namis Gruppe kämpft weiter gegen das Gorosei-Mitglied Saturn, während Chopper Nico Robin beschützt. Nami greift Saturn mit einem Blitzschlag an, während Vegapunk Lilith auch ihre Waffen benutzt, doch Saturn schickt sie einfach weg, während Robin ihre Teufelskräfte benutzt, um ein Netz zu machen, das sie rettet. Saturn spricht dann allen Anschein mit seinen Telepathiekräften zu den anderen Gorosei-Mitgliedern und er sagt hierbei, er kümmert sich um alle Transponder-Schnecken im Mutterflammenraum. Er läuft ebenfalls an den Strohhüten vorbei und verwandelt sich zurück in seine menschliche Form, um einzutreten. Die nächsten sehr interessanten Informationen behaupten dann, dass wir endlich die Mutterflamme selbst sehen werden, die sich als eine sehr kleine, aber dennoch unglaublich mächtige Flamme in einem riesigen Wassertank herausstellt. Es wird hierbei gezeigt, dass die Flamme aktiv im Wasser brennt, die Texte S-108 und A und MU können im Wassertank geschrieben gesehen werden. Saturn beginnt dann damit, alle Transponder-Schnecken im Raum mit seinem Stab zu zerstören, kann jedoch allen Anschein nicht diejenige finden, die für die Übertragung dieser Nachricht verantwortlich ist. Dr. Vegapunk enthüllt dann seine Sünden und sagt, die erste sei, zu nah an die Sonne geflogen zu sein, indem er die Welt ewige Energie geben wollte, was sich hierbei wiederum auf den Titel des Kapitels 1114 bezog. Als er das sagte, sehen wir den antiken Roboter irgendwo hingehen, während einige Marinesoldaten auf ihn schießen, allerdings ohne Wirkung zu zeigen. Szenenwechsel, Ruffy und die beiden Riesen, Boogie und Woogie sind dann anschließend zu sehen, wie sie vor Vakue fliehen, wobei Ruffy interessanterweise erneut Gear 5 benutzt. Als die Nachricht von Dr. Vegapunk fortgesetzt wird, indem er sagt, dass sie über das leere Jahrhundert diskutieren müssen, um zu verstehen, was heute passieren wird. Der Fokus wechselt hier kurz auf das heilige Land Marijor, wo Imusama zu sehen ist, wie er aufmerksam zuhört, ohne nur ein Wort zu sagen, während einige Himmelsdrachenmenschen gezeigt werden, die verwirrt sind, da sie noch nie etwas vom leeren Jahrhundert gehört haben. Überraschenderweise ist auch Hogwarts de Soul zu sehen, der offenbar lachend und liegend in einem Wald liegt, während er Dr. Vegapunks Nachricht zuhört. Anschließend bestätigt Dr. Vegapunk, dass er die Porno Glyphen und Bücher, die von einer Gruppe von großen Archäologen hinterlassen wurden, studiert hat, wobei hier ganz klar auf die Leute von Ohara Bezug genommen wird. Er fügt hinzu, dass er dies trotz des Verbots der Weltregierung getan hat und dass dies seine zweite Sünde ist und er nicht bedauert, was er getan hat. Vegapunk Edison wird dann gezeigt, nachdem er durch das Verteidigungssystem der Frontier Dome sehr schwer beschädigt wurde, wobei er den Kontrollraum darunter benutzt, um die Form der Wolken der Laborphase zu ändern. Das wiederum verlagert die Fausen Sunny hinunter zum Meer und bereitet so langsam aber sicher die geplante Flucht der Stroh- und Piratenbande vor. Lissop zeigt sich erfreut, als er realisiert, was gerade hier passiert ist. Dr. Vegapunk spricht hier weiter über das leere Jahrhundert und sagt, dass er nur einen kleinen Teil davon kennt und nicht darüber spekulieren wird. Während er das sagt, zeigen die letzten Seiten des Kapitels erneut Rothy in Gear 5 der Vakue angreift, während Boogie und Woogie ihm sagen, er soll aufhören, da es nicht funktionieren wird. Die große Nachricht von Dr. Vegapunk setzt sich hierbei fort, während diese Szenen von Rothy ablaufen und er sagt, dass der Hauptcharakter dieser Geschichte ein junger Mann ist, der vor rund 900 Jahren in einem ganz bestimmten Königreich geboren wurde. Er fügt hierbei hinzu, dass er mit einem dehmbaren Körper gekämpft hat, genau wie der legendäre Sonnengott Nika von Elbaf. Als er das sagte, sieht man, wie Ruffys Angriff fehlschlägt, was dazu führt, dass Boogie und Woogie über seine Reaktion auf diesen Misserfolg lachen. Die große Spoilerzusammenfassung von One Piece Kapitel 1114 endet damit, dass Rothy vor Schmerzen weint und dabei lustige Gesichter macht, während die Nachricht von Dr. Vegapunk fortgesetzt wird und der Name des Mannes als Joy Boy enthüllt wird. Dr. Vegapunks Das letzte Wort im Kapitel fügt auch hinzu, dass Joy Boy der allererste Pirat in der Geschichte der Welt war und das Kapitel endet mit diesem letzten Satz. Und das meine Freunde, das war nun eine unglaublich interessante und vollständige Spoilerzusammenfassung von One Piece Kapitel 1114, was es definitiv in sich hat. Möglicherweise gibt es bereits schon einige Seiten, wo das ganze Kapitel inoffiziell erschienen ist. Das ganze Kapitel wird wie erwähnt offiziell Sonntag auf der Manga Plus App zu lesen sein, sowohl im japanischen Original als auch auf Englisch oder auf Deutsch. Und ich kann euch sagen, das Kapitel wird mit Sicherheit ein unglaublich großer Impact und wird die One Piece Welt für immer verändern. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy. Die Piraten, Monkey D. Ruffy.